Ja, das ist Homemates erstes und damit auch letztes Audio-Tagebuch. Ich will euch nur über ein paar Sachen informieren. Ja, ich hab keinen Bock euch das zu schreiben. Ich bin einfach nur eine faule Sau. Nein, Spaß beiseite, ich hab keine Zeit euch was zu schreiben. Deswegen mach ich jetzt schnell hier ein Audio-Tagebuch und erzähl euch über die aktuellen Geschehnisse von Amigo Gaming. Also in letzter Zeit haben wir ziemlich wenig Videos hochgeladen. Allgemein haben wir ziemlich große Abstände zwischen den Videos. Das liegt da einfach daran, wir sind Schüler, wir haben nicht gerade viel Zeit, Chester hat kaum Zeit. Hat viel mit Schule zu tun. Ich bin manchmal einfach nur zu faul und bin geschafft einfach nur von der Schule und so weiter und so fort. Egal, weiter geht's. In letzter Zeit sind so wenig Videos gekommen, weil Erstens, Chester sein Computer kaputt gegangen ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, nicht dass YouTube das irgendwie hier sperrt und ihr euch das nicht mehr anhören könnt. Ja, auf jeden Fall ist es so, Dass ich umziehen werde. Ja, das ist das Letzte, was ihr jetzt erstmal hört von mir. Ich werde umziehen und deswegen hatte ich keine Zeit Videos hochzuladen. Ich habe euch jetzt Homemade als perfekter Racer hochgeladen. Da habt ihr was zum Schauen. Habt ihr schöne Musik. Und ihr habt puren Racer. Und ich bin ein Pro. Ja, ich habe Skills. Nein, Spaß. Beiseite. Ähm, ich werde kein Rücken online Video hochladen. Ein weiteres. Weil ich das Spiel nicht mag. Ich finde es schlecht. Das ist meine Meinung. Da ich jetzt die Meinung darüber habe, kann ich schlecht sagen, Ja, das Spiel läuft so und so. Es ist, es ist, es kommt automatisch meine Meinung immer wieder rein. Nein. Deswegen. Tja. Ist meine Meinung, das Spiel scheiße. Bei mir ist es nicht mehr auf dem Computer. Und ich habe es gelöscht. Feitig ist die Sache. Ähm, ich werde, wenn ich wiederkomme, Ähm, von Avatar Wahrscheinlich drei Parts hochladen. Gameplay Parts. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht Sechs werden. Ähm, wo einige von euch wissen, dass man Im Laufe des Spiels Wählen kann zwischen Menschen und, 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 und Avatar. Vielleicht könnte es auch Sechs werden. Dann werde ich von jeden drei Parts machen. Ähm, ja, was gibt's noch? Ich werde, ähm, von First Person Shootern, Free First Person Shootern, Reviews machen, wenn ich wieder da bin. Ähm, hatte ich eigentlich vor, Wo ich schon zu Amigo Gaming gekommen bin. Ja, das ist aber alles nicht so gelaufen. Ähm, Freut euch auf jeden Fall schon mal. Und ich werde von den Freeracern, Die es hier gibt, wie Level A, Oder was weiß ich, wie es, was es da noch alles gibt. Ähm, werde ich mir Auch, werde ich auch Ein Video machen, drüber. Und euch die zeigen, Wenn ich wieder da bin. Ja, ähm, Chester wird in den nächsten zwei Wochen, Schätz mal, Auch da sein. Er ist hier zwischendurch am Ohren. Schreibt euch ein bisschen. Ähm, Ich werde zwei, Drei Wochen auch keine Sennheit haben. Deswegen kann sie das mal still werden. Aber wenn ich wieder komme, Beziehungsweise Chester und ich wieder komplett da sind, Wollen wir 100 Abonnenten sehen. Ja? Das werdet ihr doch schaffen, Oder? Einfach immer schon zu sagen, Ja, hier, die sind cool und cool. Okay, sind wir jetzt nicht. Ihr wisst es ja nicht. Aber, Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich auch irgendwie widersprochen. Aber egal. Ähm, Ich finde, Einfach nur top, Dass wir schon fast 50 Abonnenten haben. Chester und ich planen was. Oder planen wir was? Oder planen wir nichts? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wartet ab. Schaut immer wieder rein. Es kann sein, Dass ich zwischendurch mal was hochlade. Falls ich es doch mal geschafft habe. Kann sein, Muss aber nicht. Naja. Ähm. Was Chester für Videoideen hat? Keine Ahnung. Vielleicht nimmt er auch meine Ideen einfach weg. Und dann, Dann habe ich nichts zu hochladen. Dann müsst ihr ihn alle anschnauzen. Nein, Spaß. Ähm. Ja. Immer schön Kommentare schreiben. Unsere Videos sind ziemlich leeres. Schön bewerten. Und uns immer schön abonnieren. Ist das Beste für uns. Und somit haben wir auch mehr Fun. Und somit auch mehr Ehrgeiz dabei zu bleiben. Anfang wo ich zu Amigo Gaming gekommen bin, War eigentlich auch gar nicht. Stand auch eigentlich noch gar nicht fest. Ob Amigo Gaming lange bleibt. Ja. Ja. Steht immer noch nicht so ganz fest. Deswegen legt euch ins Zeug und abonniert uns. Wir geben uns das Bestes. Wir sind Amateure. Wir haben nichts besonderes Equipment. Wir haben unser Headset. Keine Ahnung was auch immer Chester hat. Unser, Unser Fraps. Ja. Und unsere Games. Wir haben die meisten anderen auch nicht. Aber. Wir. Sind. Eben. Okay. Und unsere Bearbeitsprogramme. Aber egal. Wir sind nun mal Schüler. Und. Tja. Sonst. Keine Ahnung. Ja. Das war's auch. Von mir. Und mein Audio Tagebuch. Und ich hoffe. Ähm. 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 Ja. Und ich hoffe. Ihr habt euch. Seht jetzt noch nicht eingeschlossen. Weil. Ich. Habe mir jetzt gerade was eingefallen. Wenn ich wieder da bin. Werde ich mir Chester erklären. Ob wenn ich eine kleine Verlosung mache. Ja. Eine Verlosung. Keine Angst. Wir brauchen keine Adressen. Ihr müsst nichts zu besonderes. Machen. Ihr müsst für uns vielleicht eine Frage beantworten. Und was. Der Preis ist. Den ihr bekommt. Das wird wohl. Was sein. Auf jeden Fall. Wollen wir. Chester und ich. Ungerne. Geld ausgeben. Ich meine. Für euch. Würden wir das gerne machen. Aber. Ja. Wir haben es auch nicht so dicke. Wir müssen uns. Auch. Um unsere eigenen Sachen kümmern. Ähm. Werden uns schon was einfallen lassen. Was euch gefallen wird. Ihr müsst uns keine Adressen geben. Etc. Blablabla. Aber. Seid gespannt. Das wird bestimmt kommen. Ich kläre es mit Chester ab. Ha. Er ist ja bestimmt mit einverstanden. So. Und zu unseren 50 Abonnentenspecial. Habe ich ja glaube ich alles schon gesagt. Ähm. Wie gesagt. Wenn ich da bin. Dann wird da 50 Abonnentenspecial gemacht. Und dann müssen da schon 100 stehen. Ja ja Leute. Also. Dann. Immer schön abonnieren. Bewerten. Kommentieren. Nicht vergessen. Ich weiß nicht wie oft ich das jetzt schon in diesem Audio Tagebuch gesagt habe. Aber egal. Eigentlich ist es kein Audio Tagebuch. Eigentlich labere ich nur. Free in die. In mein Headset rein. Und. Ja. Habe schon 7 Minuten verredet. Vergeudet von euch. Aber. Jetzt wisst ihr was mit Amiogaming im Moment los ist. Die wichtigsten Sachen dürfte damit jetzt geklärt sein. Und freut euch auf mehr. In den nächsten 2 bis 3 Wochen. Haut da.